Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. In diesem Video zeige ich dir, wie du dir deinen Bass richtig einstellen kannst, für eine gute Seitenlage und eine gute Bespielbarkeit. Na klar, du kannst deinen Bass natürlich auch einfach zu einem Musikgeschäft oder zu einem Bassbauer bringen und ihn dort einstellen lassen. Denn wenn dich das selber Rumfummeln an deinem Instrument nervt, dann solltest du das auch sicher tun. Aber um ehrlich zu sein, habe ich das nie richtig verstanden. Warum sollte jemand anders für mich meinen Bass einstellen? Der weiß ja gar nicht, wie ich spiele und wie hoch die Seitenlage sein muss, dass ich glücklich und zufrieden bin. Deine Haltung und deine Spieltechnik, also wie doll du die Saiten anschlägst und auch deine eigenen Soundvorstellungen sind nämlich eine ziemlich persönliche Sache. Der eine hat einen ganz leichten Anschlag, weil er viele Akkorde spielt und viel tappt und er braucht dafür eine sehr niedrige Seitenlage. Vielleicht spielst du aber am liebsten nur Rockmusik und dich stört das Geräusch der Saiten auf den Bünden und du bevorzugst vielleicht eine höhere Seitenlage. Mein Tipp und der gilt für alle Bassisten, wenn du es selber machst, dann stell dir deinen Bass auf jeden Fall so gut und so leicht wie möglich ein. Mit einer so niedrigen Seitenlage, dass du selber zufrieden bist. Damit du nicht unnötig hart arbeiten musst, weil die Seitenlage unnötig hoch ist. So wie du es mit deiner Spieltechnik bevorzugst. Und du brauchst dazu kein Wissenschaftler zu sein. Es kommt nämlich eigentlich nur auf zwei Sachen an. Die Halskrümmung und wie hoch die Seitenlage hinten an der Brücke eingestellt ist. Okay, erst kurz ein bisschen Grundkenntnis über dein Instrument. Dadurch, dass du die Seiten an beiden Enden festmachst, also hinten an der Brücke und oben an den Stimmmechaniken und dann auf Spannung bringst, indem du sie auf die richtige Tonhöhe stimmst, wird der Hals durch diese Spannung nach vorne gezogen. Am besten kannst du dir das eigentlich an einem Bogen veranschaulichen. Ich habe hier einen Stock mit einer Schnur und durch die Spannung der Sehne biegt sich der Stock. Und beim Bass und bei der Gitarre ist das also das gleiche Prinzip. Wenn du mal die Seiten abmachst und über die Länge deines Griffbretts schaust, dann wirst du bei vielen Bessen sehen, dass die entspannte Form des Halses sogar ein bisschen nach hinten gebogen ist. Das ist, um eben dieser Zugkraft der Seiten entgegenzuwirken. Denn damit so ein Hals stabiler wird und man diesen Gegenzug, diese Gegenspannung kontrollieren kann, befindet sich in dem Basshals ein sogenannter Spannstab, der an einer Seite fest ist und an der anderen Seite eine Schraube hat. Entweder hier unten am Hals oder oben an der Kopfplatte. Zieht man diesen Spannstab an, dann wird der Hals weiter nach hinten gebogen. Löst oder lockert man den Spannstab, so gibt man dem Zug der Seiten wieder nach und der Hals biegt sich weiter nach vorne. Also Spannstab anziehen heißt nach hinten und Spannstab lockern heißt, der Hals neigt sich nach vorne. Bisher ist es logisch, oder? Okay, wichtig! Immer bevor du jetzt irgendeine Einstellung an deinem Bass veränderst, solltest du die Seiten lösen. Sie müssen nicht ganz ab, aber sie sollten schön locker sein. Und immer wenn du dann etwas verändert hast, ist es wichtig, dass du den Bass wieder richtig stimmst, denn nur dann hat er die richtige Seitenspannung und verhält sich der Hals wie er soll. Also zum Ändern der Einstellung die Seiten lockern und zum Kontrollieren und Spielen wieder auf Spannung bringen und richtig stimmen. Und richtig stimmen heißt auch richtig stimmen, denn ein Halbton Unterschied kann schon viel in der Seitenspannung ausmachen. Nimm dazu also am besten ein Stimmgerät. Ob dein Bass jetzt eine richtige oder gute Halskrümmung hat, kannst du kontrollieren, indem du ihn wie gesagt erst mal richtig stimmst und dann mal die E-Seite im ersten und im letzten Bund herunterdrückst. Jetzt sollte so um den neunten zehnten Bund rum ein Abstand von circa ein bis zwei maximal drei Millimetern zwischen den Bundstäbchen und der Seite sein. Du kannst jetzt sehen, wie der Hals in sich leicht gebogen ist. Ein guter Test ist, dass du mal eine Visitenkarte nimmst. Also aus etwas festerem Papier und sie mal beim liegenden Bass so im neunten zehnten Bund unter die Seiten legst. Dann drückst du wieder die E- oder die A-Seite im ersten und im letzten Bund runter und bringst den Bass in die normale Haltung. Und jetzt sollte die Visitenkarte hängen bleiben und wenn du die Finger löst, dann fällt sie heraus. Meine Philosophie ist es, einen so gerade wie möglichen Hals einzustellen, ohne dass die Seiten anfangen zu schnarren. Klar, eine minimale Halskrümmung brauchst du fast immer, damit du überall auf dem Griffbrett gut und sauber spielen kannst. So um die zwei Millimeter im neunten zehnten Bund ist ein guter Ausgangspunkt. Abhängig vom Instrument und deiner Spieltechnik kannst du noch etwas niedriger gehen oder auch etwas höher. Noch ein wichtiger Hinweis, mach jede Veränderung immer in kleinen Schritten. Wenn du den Spannstab anziehst oder lockerst, dreh dann maximal eine Viertelumdrehung und kontrollier dann erst wieder, ob es nicht vielleicht schon okay ist. Das ist vielleicht ein bisschen nervig mit dem ständigen Stimmen und Lösen der Seiten, aber du kannst deinen Bass dann auch wirklich perfekt einstellen. Nachdem du jetzt deinen Hals gut eingestellt hast, ist die zweite Sache die Einstellung der Seitenhöhe hinten an der Brücke. Jetzt spiel einmal Seite für Seite und zwar vom ersten Bund bis zum höchsten und spiel die Töne mal leise, mittel und auch kräftig. Wie würdest du die Seite am kräftigsten anschlagen und denk dann an das Extremste, was du spielen würdest und dann hör gut hin, ob sie schnarrt. Ich nehme mal die D-Saite als Beispiel. Und je nachdem wie komfortabel es sich für dich anfühlt und wie stark du anschlägst und wie du den Zaun findest, kannst du jetzt die Seiten so niedrig wie es geht einstellen. Nicht vergessen in kleinen Schritten. Also nicht gleich ein paar Umdrehungen tiefer schrauben, sondern wirklich in kleinen und feinen Schritten. Und immer erst richtig stimmen und dann kontrollieren und wenn du etwas verstellen musst, die Seiten erst wieder lösen. Einfach ein paar Umdrehungen lockern, das ist schon genug. Ein Tipp, wenn es in den ersten Lagen schnarrt, kontrolliere dann, ob der Hals nicht doch etwas zu gerade eingestellt ist. Die Seiten berühren dann in der Mitte des Griffbretts die Bünde. Und das heißt, dass dem Hals die nötige Biegung fehlt und der Halsspannstab zu viel Gegenspannung erzeugt und den Hals zu weit nach hinten zieht. Also zu straff angezogen ist. Er müsste in diesem Fall also etwas gelockert werden, damit er sich wieder ein bisschen nach vorne biegt. Es ist ein bisschen gefummelt, das gebe ich zu. Vor allem das ständige Stimmen und Lockern der Seiten. Aber dafür stellst du dir dein Instrument auch wirklich perfekt ein. Genauso wie du es willst. Noch ein Hinweis, durch das Justieren der Seitenhöhe kann sich auch die Halskrümmung wieder ein bisschen verändern. Denn je höher du die Seiten einstellst, desto mehr Zug können sie auf den Hals ausüben. Und je niedriger sie liegen, desto weniger Effekt haben sie auf die Halskrümmung. Das kannst du wieder sehr schön am Beispiel des Bogens sehen. Meine Zugkraft der Seite bleibt die gleiche. Ich bringe die Seite ein bisschen auf Spannung und jetzt stelle ich die Seitenhöhe höher ein. Schau mal, was mit dem Hals passiert. Und wieder ein bisschen niedriger. Und wie gesagt, die Spannung der Seite ist die gleiche. Hier geht es wahrscheinlich um recht feine Nuancen. Aber es ist sinnvoll zu wissen, dass diese beiden Einstellungen eben doch miteinander zu tun haben. Wenn du dir deinen Bass also nach Belieben gut eingestellt hast, dann rate ich dir, mit deinem definitiven Urteil noch bis zum nächsten Tag zu warten. Spiel auf deinem Bass und lass ihn dann aber auch ein paar Stunden stehen, bevor du wieder etwas an der Einstellung veränderst. Hast du Fragen oder Kommentare? Dann schreib sie mir einfach wieder unten ins Kommentarfeld und teile dieses Video gerne, wenn es dir gefallen hat, auch wieder auf Google, Facebook und Twitter. Danke fürs reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Jnerich